Plattrede, und zwar Ost-Hinter-Pommersch. Ach, Albert, was schabberst du da? Seit Oma und Opa werden im Wetter als das Fell jägt. Bärt können sie den Dreh-Humor werden auch noch nicht verstehen. Hei, was davon, ob auch ganz auch noch nahrt. Als Oma mitetit die Bibel nicht mehr allein lese, kunn, wie er ohnblind wurde, misst Albert, er verlese. Albert nahm das aber nicht so genau mit Gottes Wort. Hei vertellt sie in Früh dazu, als hei dat wohl. Oma kennt die Bibel aber beter. Oh, dem krieg ich Hei Bescheid. Wenn hei er u de Zeitung wat verliest, kunn seinem hundertmal sehre, dat Churchill nich hurchel utsproke wat. Dat bleef so as hei dat wohl. Wie aus Tuss wot nischt anders reet als platt. Min Schwester o eg reet e hit noch so. Ud fit go kenne ich bloß noch Manfred, die mit mi platt reet. Hei nu, ut klein nosin, reet e klei bitzge anders. Aber wie schrieve us o platt, wat hor nich so einfach is. Wegwerd brugte, ik weig nich wie Buchstaben o platt heit. Dat wär schien, wenn wie us als Tup sette kunde, im so'n Diskussion uptunehme. Den wulle vi us ook weder anfeel wir, der innere dei vi uns nu nich me infalle. Ik fin dat schoot, dat dis sprog, bald utstofe sinne wat. Wenn je mi verstaun e hebt, Dan schrieft mi doch wat under disse film. Uder raubt mi an, Wenn die geschichte infalle, dat obschrefe wa remekte. Mie vader hebt nog lang nich alles obschrefe. Dat gibt bestimt no schnurre, Die da je kent, o da ik den obschrefe, o den kennen we ze alle. Wat meint je?